Hallo und hallo meine lieben Freunde, willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Sky Factory 3, Summer Zillands. Hallöchen und der lieben Blue Jenny, die gerade schon wieder Akras sagen wollte. Ne. Also doch. Ne, ohne Witz wollte ich gerade nicht sagen. Achso, hat es das so angehört? Ne, wollte ich gerade nicht. So, ich habe keine Lust mehr Solarpanel zu craften, wir brauchen Autocrafting. So, also die 12 Dinger davon habe ich fertig. Ich brauche 4, das heißt 16 mal 3 sind 48. Jede Menge von dem. So, 1. Ich brauche 48 und ich darf 1 craften. Ja, ich brauche mehr Glas. Und zwar sehr viel mehr Glas. Ja, es läuft ja schon durch. Ich kann es höchstens schneller machen, wenn ich Enderperlen investiere. Ich bin gerade echt am überlegen, ob ich das nicht eben mache. Das sind 2 Enderperlen, die ich investieren muss. Wenn wir die hinten liegen haben, investiere ich die 2. Mache mal nächstes Lied. Enderperlen, nein. Mache mal nächstes Lied, bitte. Danke. Bitte. Ich brauche 18. Ändert das haben wir sogar. Na ja, Eisen sollte ich noch genug haben. Auch weil ich wahrscheinlich gleich eh wieder herkommen muss. Sand kommt noch mal raus. Alloys only. Eventuell soll ich da auch eine Enderperle draus machen. So. Gut. Dann, was braucht der noch? Der braucht einen Glowstone in der Mitte. Check. Und der braucht noch einen zweiten von den Double Layer. Das ist Gold Nuggets, Kupfer, Redstone. Ich komme da irgendwo noch. Gold Nuggets habe ich noch. Da habe ich Kupfer und noch mehr Gold Nuggets. Äh. Layer. Double Layer. Davon brauche ich jetzt vier Stück. Meine Mentars aus unerfindlichen Gründen voll. Diese vier muss ich mit etwas anderem wieder zusammencraften, was ich nicht im Moment habe. Man hat nie das im Momentar, was du brauchst. Ja, leider. So, Sand darf ich da durchballern. Fairness only. Ich habe gleich den gesamten Sand, den wir hier noch auf Backlog haben, verbraucht. Ähm. So. Dann. Ah, jetzt habe ich zwei Stück davon gebaut. Was? Es ist Vibrant Alloy. Nein. Ich habe das Falsche gemacht. Fertig. Oh nein. Doch, ich bin fertig. Oh, scheiße. Ich brauche noch zwei Enderperlen wieder. Haben wir irgendwo noch eine Enderperle vielleicht? Hast du vielleicht noch eine im Momentar? Nein. Nein. Scheiße. Fängt ja gut an. Gut, das heißt, ich muss mich mit dem weiter begnügen. Sola. Ja, vielleicht sollten wir auch auf Big Reaktor umsteigen. Vielleicht? Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht bin ich ja gar nicht deine Freundin. Doch, bist du. Hey. Was? Wirst du lieber Manuel Neuer sein, oder was? Hä, nein. Obwohl, das konnte hätte ich gerne. Ja, gut. Das ist ein Argument. Ist doch so. So, 36 von 48, Photovoltaikzellen 1. Ich bin mit deiner Plattform fertig. Fertig. Ich hoffe, es passt so, wie es ist. Beschwerden nehme ich nicht entgegen. Ah, okay. Äh, hässlich. Sag ich doch. Beschwerden nehme ich nicht entgegen. Ähm. Ja, gut. Dann muss ich hier vorne irgendwo das Gravel langlegen. Aber ist okay. Nee, dachte ich mit, weil du öfters hier runter musst. Ach, nee, gar nicht wahr. Ich kann das hier auf einen machen und einfach einen Filter reinpacken. Ha. Ja, kannst du lassen. Guck mal, es ist genau perfekt platziert. Ja. Danke dir. Bitteschön. Hättest du aber auch geschüsselte Treppen nehmen können. Hm? Hättest du auch geschüsselte Treppen nehmen können. Gibt's nicht. Sicher? Ja. Achso, hast du ausprobiert? Du kannst es nur mit diesen Planks nehmen, weißt du, die einfach nur stützt ist und die reinklicken. Aber die bringen ja noch mehr zum Leggen als Chisel. Das sowieso. Ja, deswegen nehme ich lieber Chisel anstatt das. Langweilig. Diese Kerle, ey. Ja. So. Ne, so viele Tiere sind es jetzt nicht. Aber ich kann die Kühe dazu bringen, sich zu lieben. Ja, die Schweine auch. Schafe auch. Ja, ich bring denen Liebe bei. Liebt euch. Du gibst denen Nachhilfe in Liebe. Ja, ich bin, ich weiß, ich habe Liebe studiert. Aha, okay. Ich bin Liebesexpertin. Ja, das bist du. Du weißt. So, 48. Schweinchees. irgendwie nervt das gerade nur noch das geschaffen von lang bitte zwei aufnahmen mit du warte ich muss grad du du machen hier du mit du du mit du dann haben wir für dich als allerletzten haben wir haben wir noch jemanden du bist ein sehr einsame schweinchen ich sagte jetzt nichts zu so ernsthaft 16 block of iron du bist doch gerade fast dahinten kannst du mir einen bringen 0 du kannst die babys zum nein 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 zu groß werden das so ich brauche vier stecks solar panel 1 kraften kraften das sind zwölf mal drei stecks glas ich brauche noch eine kuh nee gar nicht wahr ich brauche sogar acht stecks dann scharf und scharf habe ich noch ein scharf vier von den noch ein scharf guck mal ich habe ein schwarzes scharf vier oder nee da kommt zwei raus okay gut das heißt ich brauche acht von denen das heißt vier mal dieses rezept vier mal vier sind 16 solar panel zwei brauche ich und 16 mal acht sind zwei stecks okay das ist nicht ganz wichtig wir können uns sicherlich die monster anmachen und du gehst auf monsterjagd oder was bitte nein schade und ich habe mich komplett verrechnet leider und vor allem da kommen dann ja auch zwei solar panel 5 gleich raus so unser eisen ist fast mehr raus müssen wir glaube ich auch und für diese sekunde halten wir an so vier stück habe ich also ich brauche zweimal dieses rezept zweimal das sind acht stück ich brauche dann vier mal dieses rezept das sind 16 stück warte mal ganz kurz 16 mal acht sind zwei stecks von den dingern okay also habe ich mich nicht verrechnet ja was ist und was habe ich die jemals wieder gebeten damit ich nicht spawne ich spawne ich spawne eh nichts ähm ja na hast du auch mitgedacht ja so minimal so haben wir vielleicht noch solarpanel irgendwo liegen bitte bitte das waren hier hinten noch so hier die solarpanel ja ich habe mich leider komplett verrechnet oder verzählt hat oder verguckt so ich werde nicht mal gerechnet das ist problem dabei dein ernst ja du hast da hinten aber hoffentlich noch eine permanente natürlich haben wir ok scheiße was hilfe hilfe was denn nichts unter mir abhauen ja es bringt nichts was auch nicht bewegen da haben vollen block hinsetzen da ist noch wir haben bald kein holz mehr ich weiß am besten stehst du stehst du irgendwo sicher ja 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 ich stehe sich auf holzplanks du wärst jetzt schön abgestürzt ach echt so ich brauche immer noch jede menge holz ja wir haben ja nichts mehr ja ich lass ja das ganze ding stehen da kann man gleich machen so ich hab jetzt ach ich hab schon wieder mein inventar sortiert also meine hotbar du kannst die hotbar wenn du da mittlere maustaste drauf machst auch sortieren ich weiß ist ja auch schon oft genug passiert oder wie nein du hast es mir mindestens dreimal gesagt ich sollte mir selber öfters zuhören ach echt so wie viel holz haben wir jetzt hier hinten noch gut alles mitnehmen alles klar ja ich werde das auch noch wahrscheinlich alles verbrauchen das ist gerade das problem dabei so ich kann schon mal 16 pistons mach darf ich hier wieder rauf ja naja solange du dich aufs holz tritt kannst du bitte nächstes mal wahren du willst dass ich abstürze oder nein aber es hat gerade witzig aus dein charakter hat gerade in meinen augenwinkel gezuckt ja nicht nur mein charakter hier nein ich bewege mich jetzt hier kein millimeter hier kannst du da hinten laufen ich bin schon wieder momentan sortiert aber ja gott irgendwie irgendwie ist das witzig aber auch irgendwie traurig so mach heile weib ich hab mich selbst gerettet ich sag nichts ich muss arbeiten hauptsache ich sehe das auch nur gerade so aus dem augenwinkel so ich habe jetzt 7 von 16 solarpanel 2 ich bin geflasht ja total meine stimme versagt irgendwie komplett gerade wir machen ja gleich eine aufnahepause alles gut äh nee das ist nicht das problem so jetzt geht's wieder so noch mehr solarpanel ja ich hab das 8 endlich fertig heißt ja aber schon 2 solarpanel stufe 4 fertig die hälfte ist geschafft ich will nicht mehr so ich will wirklich nicht mehr ich will autocrafting haben vor allem wir haben zwar autocrafting aber nein nein ist nichts gefallen ich 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 gebe auf ich komme mit der tastatur nicht klar ich habe q gedrückt auf meine axt hast du hier gerade uns nichts geworfen ja kann ich kurz deine axt haben aber wieder geben ich versuche nicht q zu drücken ich habe irgendwie gar keine hoffnung dass ich die jemals wieder sehe so mach schneller ofen also du weißt dass du da eigentlich die meiste plattformen gar nicht brauchst oder oder wollen wir dies dauerhaft als test area lassen hä haben wir doch gesagt das würde ich jetzt die dinge machen okay wir haben 16,5 oh nein nein du darfst ich weiß warte mal kurz warte ich will hier oh ist ja langsam ich muss noch machen zu ja ich kann den ofen gleich beschleunigen nein ich weiß nicht warum aber ich irgendwie denke ich jetzt gerade ein doppeldecker ähm hust hust hä nein nicht das was denn ich muss noch dem klischee gerecht werden dass ein mann immer pervers denkt ja total was immer ja ein mann muss immer pervers denken so wollen wir das sonst nächste machen oder wollen wir 30 minuten nein wir machen das nächste ja warte ganz kurz okay naja egal mach ich nächste aufnahme wuuuuuu einefliege haa gott geh weg ähm ich würde sagen vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns in der nächsten folge bis dahin Cheerio ciao